Da ist es Manfred. Ja Jungs, also... Niki ist der Urwirt. Die Wurzeln, die Wurzeln allen. Ich, Digga, ich will... Wirklich, ich will, also es ist... Mir fehlen die Worte, Digga. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Eine fette Wurzel. Er ist so ein Bastard. Ich kann das nicht mehr, Digga. Ja Digga, ich hoffe er geht kacken und sein scheiß Klo... Sein scheiß Klo geht wieder kaputt, Digga. Und er liegt auf dem Boden, älter, währenddessen er im Kacken ist. Das wünsche ich ihm gerade wirklich. Vom tiefsten Herzen. Jungs, was ist hier los? Wir haben drei Wins. Miki ist weg. Was? Miki ist weg. Zeigt aber Bildschirm. Also der Doppelgebruch. What? Ja. Runde Pummeln. Digga. Lieber eine Runde Monopoly. Wo sehe ich mich? Wo sehe ich mich, Danny? Jetzt mal das Rohr hat, äh, mit Tränen rausgequittet. Sollen wir jetzt Abwechslung mal rein? Oh, wir sind noch gut in der Zeit. Mit acht Stunden, drei Fortnite-Wins. Bin wir gut dabei. Jetzt hab's vor. Dann sind nur noch wir beide Jeller. Ich hab meinen Kader, du kannst mich nicht provozieren. Ich. So, Bilder. Digga, sind wir dreimal ewiger Zeit heute geworden? Ja. Stellt euch mal vor, da würde jetzt eine sechs bei Vorteil stehen. Miki. Jega. Werderschön. Werderschön. Du bist der Urwirt. Was? Du bist der Urwirt. Warum? Du fragst auch noch. Du fragst auch noch. So frech. Was frage ich frech? Digga, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. Selbst Manni kann sich das jetzt nicht mehr angucken. Digga, er geht von seinem Bildschirm weg. Hat nicht mehr Fullcam und man sieht welches Game wir spielen. Alle auf Ready. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich hab Fullcam gemacht. Digga, ich geh. Ich hab alle Streams offen. Ich verliere den Verstand wegen Miki, ne? Wirklich, das ist geisteskrank. Ich kann das wirklich nicht mehr. Er bricht mich am meisten. Wirklich. Er bricht mich am meisten. Und durch deine Schimmelbrille sieht man den Bildschirm, Bro. Wir brauchen jetzt einen Win. Du brauchst einen D-Plan. Und ich brauche einen. Das ist korrekt. Ich brauche vier Gramm auf Kombi, Digga. Das ist das Einzige, was mir jetzt was bringt. Was denn? Weil ich nicht mal die Kohle hab, Digga. Wie was? Ich brauche vier Gramm auf Kombi, sage ich. Das ist ein Streamsniper von mir, der tanzt. Falls irgendein Park gibt... Liegst du nach Spanien, Rohat? Ja. Was machst du? Was ich da machen werde nach der Win Challenge? Jungs, ich sage euch jetzt, was mich killen wird, okay? Was machst du in Spanien? Ein Wiener zum Gokukin oder so eine Frau mit so einem Käppi. Was machst du da, Rohat? Jungs, ich habe ein Meeting. Wofür? Das ist geheim. Kiffst du da? Jungs, hier. Marker. Da soll es gutes Out geben, Rohat. Hab ich mal gehört. Du sollst richtig. Ja, es geht. Und günstig soll es auch sein, Rohat. Es geht, Digga. Es ist nicht so gut. Kiffst du dir da einen rein? Nein. Sicher? Das ist eigentlich ein Lieblingsgras, Rohat. Was? Mein Marker, Jungs. Dein Lieblingsgras. Mein Lieblingsgras? Gibt es so was, so richtig einen High-Quality-Scheiß, irgendwie Chocolate-Vanille-Mousse-Haze? Gibt es so einen Scheiß? Es gibt, Digga, es gibt richtig krasse Scheiße, Digga. Ich war, Bro, in L.A. waren wir. Digga, ich bin da in den Laden reingegangen, der hieß einfach Elevate. Elevate? Der hieß Elevate, Digga. Ehrlich? Ja, ja, der hieß Elevate Weed Shop, Digga. Die haben da alles gehabt. Die haben da mit iPads beraten. Macher, Digga. Und hast du, Eli, hast du das mal erst mal mit der Klage gedroht? Aber erst mal auf den Tisch schauen, da. Ey, wo Elevate geht jetzt nicht vom Namen. Ihr Lacher. Lacher. Oh! Jungs, bitte konzentriert euch im Early Game. Im Early Game, dann könnt ihr im Mid Game gerne über Insta reden. Genau, also bitte einmal komplett im Early fokussieren, alles gut machen, damit man dann im Endgame wieder ewiger zweit macht. Das ist die Einstellung eines Lachers. Das ist vier, zwei Stunden Schlaf und Lacher. Jetzt, Freunde, jetzt kickt die Deffa. Okay, bei mir ist einer. Kann sein, dass ich tot bin. Oh, there is one hit, bitte, Eli. Funny Girl. Digga, wo seid ihr denn? Und wo sind wir? Hä, Miki? Warum sind die da? Oh, sind wir da gelandet? Mann, Digga, guck mal, wie die Runde schon wieder anfängt. Hä, ich hab den ersten Marker gesehen und bin da gelandet. Wir waren im Haste Fog, Eli. Bitte, Bro. Seist du? Early Game. Deswegen Early Game. Entspann dich, wir haben das. Bro. Das ist nämlich Rohr als Lebensinhalt. Da muss man auch mal ein bisschen mit seinen Freunden überreden, was die Leute so bewegt im Leben. Finde ich nur fair. Danny, wie viele Krawalldosen? Ich bin stabil geblieben in der 2 noch. Macher. Ja. Aber ich hab noch Angst davor, selber zu mischen. Wenn ich selber mische, kratsch. Dann könnte er mich sofort loslassen. Was hast du da zu mischen? Boah, zu viel, leider. Digga, also es würde kein Ende nehmen. Lass mal Flagge machen. Warte. Digga, ich hab vier Schlüssel, Jungs. Hä? Digga, wo sind meine Schlüssel? Flanke, Flanke, Flanke. Gegner, Gegner, Gegner. Wo? Wo, wo? Marker? Marker, Marker. Marker, Marker, Marker. Gute ich so. Vicky? Jacky, Pola. Ja. Oh, Gegner? Digga, ich hasse diese ganzen Bastarde so sehr. Von wo schießt der wieder aus dem Busch irgendwo? Ja, weil es ein Hurensohn ist. Der einfach da drin sitzt und schießt. Und Streamsnipe. Also, es gibt einen Songbuck. Und so einen mit so einer schwarzen Mütze. Äh, mit einer Mütze. Absoluten Forzen. Meier Perk? Forzen, Digga. Die Forze kommt, Jungs. Die Forze. Hä? Seh ich vorne im Busch? Ich wicke. Nichts übrig gelassen. Geisteskrank. Hinter uns, hinter uns. Da ist sie. Ich hab's euch gesagt, Bro. Das ist sie gewesen. Keppi. Ja, cool. Was ist denn? Kezi, hinter diesem Ding. Das ist sie. Ich hab's euch gesagt. Sie und Sam Goku. Ich hab's gesagt, nein. Kezi, besser. Hat minus 80? Ich schwor auf alles. Wie kommt die hier überhaupt hoch? Die ist über hochgeflogen. Ey, der droppt mir, der Dings. Der droppt mir hier. Wir gehen jetzt aus diesem Spiel raus. Ich werd nicht mehr Q'n. Ich schwör auf alles. Ich nehme dich raus. Bello. Raus. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, ne? Das ist kein Problem. Es ist ein Uhr morgens. Wir gehen raus. Ich geh raus. Dein Vater gehört angespuckt. Du sagst es sogar noch. Wie kam sich der Hochchat? Echt? Wie ist der hochgeflogen, die kleine Hure? Ich hab's euch gesagt. Raus. 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 Ich hab noch einen Akku. Insane für die zwei. Wir gehen rein in den Velo. Wir müssen mal in den Account adden. Warte, warte. Hör mir zu. Wir brauchen das Rad. Eli Jello. Mach das Rad. Eli Jello. Tu es. So, wenn Phoebe schon schläft, holen wir Sane ran, statt Phoebe. Ja. Was für ein Rank ist Sane? Micky ist Sane besser als Phoebe? Ich hab gesagt nein. Nein. Nein, nein, nein. Warte. Dings. Sane ist Platin, oder? Sane ist vorrangig erstmal fett. Und trägt einen Armsleeve. Ich bin auch am Stissel. Also, was ist jetzt das Rad? Das Rad ist Omid. Sane Willy. Matze. Okay, ja. Hä, du kannst... Hä, guck mal. Meine Namen sind farbig bei Eli. Die Namen. Ist ja cool. Ist ja cool. Jungs, guck mal bitte WhatsApp. WhatsApp gucken. Wichtig. Hörer. Hörer. Nein. Nichtisch. Abgehen. Nein, Danny, du bist dumm. Bitte. Du bist dumm. Bitte. Nein, ich starte das Game jetzt nicht wieder. Ehrlich gesagt sogar. Nein, nicht Warzone. Ich verstehe es nicht, dass wir nur so Runden Zeit haben. Er versteht es nicht, Chad. Er kann es nicht verziehen. Mach erstmal das Rad. Mach erstmal das Rad. Er kann es aber nicht verstehen, Bro. Wir können nicht zwei, drei Runden miteinander Warzone spielen. Wir können immer nur eine Runde Warzone spielen. Eine einzige. Verstehst du das nicht? Und die hast du jetzt in den Wind geschossen. Mit Absicht. Wie, Sane ist zu krass. Sane war Platin, Digga. Phoebe ist Diamond. Sane, kack rein. Digga. Sane ist sogar schlechter als Phoebe. Dann fickt er euch. Besonders dich. Ist korrekt. Ey, du sitzt hier im gleichen Puppen wie der Schwanz. Ich schwöre, dass du das gerade mit Warzone abgelehnt hast, zeigt mir, dass du einfach nur ein dummer, fetter Pass. Boarzone wäre ein guter Call gewesen. Ja, wäre es natürlich, Bro. Wir hätten eine Runde spielen können. Ich will doch nur noch eine Runde. Ja, es wäre wieder diese eine Runde gewesen, die wir hatten. Ja, aber er versteht es nicht, Digga. Er versteht es halt nicht. Er versteht das Prinzip dabei nicht. Micky will das Feuer kippen, um ihn anzufallen. Nein, wirklich, jetzt mal. Ja, ich verstehe es nicht, Micky. Ich verstehe auch deine Plays. Meine Clowns, das sind Plays. Eins gegen vier verstehe ich auch nicht. Ja, wäre jetzt gut gewesen. Wenn ich nicht weit genug wäre. Was soll ich jetzt hier aufschreiben? Willi, Matze, Omed, Eldos, Zane? Willi, Eldos, Omed, Matze, Phoebe, Zane. Und noch einmal die Wahnsinnsjet auch einmachen. Nein, entweder Phoebe oder Zane, sonst ist es zu einfach so. Ja, Phoebe, Odos, Zane. Ja, aber dann auch Omed oder Eldos raus, sage ich nicht. Nein, nein, das geht ja darum. Doch, doch, doch. Nein, ein Bruch raus. Ja, nee, wir sind auch noch gut in der Zeit, Jungs. Nach acht Stunden live mit drei Wins sind wir gut dabei. Einfach reindrehen da. Reindrehen. Ich muss beschreiben, dass Zane sehr OP ist. Der ist besser als Amarsch. Viel besser. Hä? Stimmt nicht. Zane sehr OP, der ist Asten dann... Digga, was ist besser, Asten? Er hat kaum gerade auf Diamond. Schan ist auch euer Mod, oder? Schan ist auch euer Mod. Und er sagt auch, dass das Ding zu OP ist. Schan ist nicht unser Mod. Schan wurde verkauft, oder? Schan ist ein Fettvieh, sage ich. Schan ist wegen dem Geld gegangen zu Eli, sage ich. Ich verkaufe den Karl. Nein, ich auch. Der ihm immer toll Obdach geboten hat. Hat damit einfach verkauft und in Deutsch reingerangt. Nein, wir gucken mal, was passiert. Zane kann rein. Wir gucken mal, was passiert. So, auch noch mal Kuba-Frage hier. Noch mal Kuba eintragen. Nein, Kuba fehlt! Ja, wir werden loslassen, Jungs. Das kann ich euch jetzt sagen. Ich glaube, er ist nicht da, der hässliche Kuba. Nein. Ich glaube, er ist nicht da. Nein. Ich kann Omit holen. Ich kann Omit holen. Omit kann nicht. Doch, er kann. Ich kann anrufen. Alles kann, wie du willst. Bitte nicht, Omit. Ich kann nicht. Oh, zahle, Omit kann nicht. Raus, raus, raus. Omit kann nicht. Omit kann nicht. Omit kann nicht. Dreh noch mal. Omit kann nicht. Omit kann nicht. Omit kann nicht. Es geht bei ihm. Er war doch vorhin schon mit Handy. Er ist unterwegs. Nein. Der ist ins Büro gegangen. Alles kein Problem. Es ist vorbei. Aber jetzt bin ich, jetzt habe ich mich losgelassen. Wirklich. Jetzt ist das Ding irreparabel kaputt. Mit Omit. Eli, weißt du noch? Eli, wir hatten Omit schon mal dabei im Velo. Und wir konnten nicht mit ihm ins. Weißt du es noch? Digga, er hatte beim Backstreetback zwei Kills, Digga. Der Bastard. Er war die Mocken der Myrte. Der dunkle Urwirt. Er ist beim Backstreetback. Oh, nee. In der Entscheidung oder unten ist er 2 zu 17 gegangen. Jetzt hilft er nur noch eins. Ich kack die drei schmalen. Ich kack die da jetzt an. Danny, bitte nicht die drei. Danny. Digga, ich kack mich gleich an. Jungs, bitte. Danny, nicht die drei. Nicht die drei. Ich mach die drei fertig. Ich misch mich. Alter. Jungs, hallo. Mach das Rad. Wir haben die Zeit nicht. Omit kann nicht, Digga. Ey, Omit kann nicht. Ich kann nicht die drei. Die drei kann ich nicht denken. Er wird mit einer Jetspiel. Ey, Digga, warte mal. Was ist mit Omit? Der kann nicht. Er ruft mich jetzt an. Ich kann die drei nicht tanken. Ey, wir warten aber keine. Wir warten aber nicht, ne? Boah, ich kann die drei nicht tanken. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Digga, Miki, Miki, bei wie viel Prozent bist du? Bei wie viel Prozent was? Energie. Wir müssen Valorant carryen, zu 100 Prozent. Ja. Sonst ist das Ding over. Wir haben nur schlechte Mains. Aber Omit kann auch nicht. Miki, ganz kurz, man. Du kommst nicht mit deinem verfickten Platin-Account. Ich hörte mit ihm kommen. Wenn du Omit mitnimmst, komm ich mit hin. Nein, nein. Du bist kein Platin-Spieler. Du bist auch kein Platin-Spieler. Doch, doch bin ich. Ich gewinn auf dem Account. Wenn ich Solo Valorant rund mache, gewinn ich auf dem Account. Deswegen bin ich da. Du bist der Würst. Ich mache die Challenge und da gehe ich Valorant rein und ich gewinne. Wenn Omit nicht kommt, werden wir da nur gegen Gold und Platin-Lobbys. Du verstehst es nicht, oder? Wenn du Omit rausnimmst, habe ich einen Account schon, da bin ich auch eingeloggt. Aber wenn du entweder Hand in Hand ins Fegefeuer mit Omit in Gold-Platin-Lobbys oder du sagst, Omit kann nicht, wir drehen nochmal das Rad. Ja, dann ruf er doch Omit an. Nein. Breitenberg, danke dir für deinen Raid. Moin an von Breitenberg, ich bin beim King-Kens-Lager und streamen von hier aus. Chat, ich brauche einen Silber-Bronze-Account. Ich brauche einen Silber-Bronze-Account, weil mein Account nicht geht. Ich setze Omit raus und Kuba rein. Zane raus, Kuba rein. Okay, dann gibt es jetzt Eldos, Matze, Willi. Bitte nicht, und Eldos noch raus. Nein, können wir nicht machen. Und Kuba und Zane rein. Ich drehe jetzt, okay? Und für jedes dritte Game, wo Omit rein wird, dann hole ich mir die nächste. Mann, Digga, das Problem ist, alle drei, ist alles drei, ist, Matze ist nicht so gut, Willi ist nicht so gut und Eldos. Ich würde so gerne mit Matze spielen für die Team. Hey, warum ist Zane raus, Digga? Warum ist Zane? Weil Eli der Wirt ist. Digga, Eli, weil dein Chat rumheuert. Digga, Phoebe ist besser als Zane. Hä? Warte mal, was? Wir haben jetzt dreimal den Wirt? Okay, wir lassen los. Oh, Digga. Oh, bin am Stizzle. Willi hat doch alles gewonnen, dass er richtig spielt. Ich schwöre sogar auf alles. Was ist denn passiert? Omit kann nicht, Jo. Omit kann nicht. Aber warum waren auf einmal denn nur noch Clowns-Nasen drin im Dreh? Weil es sonst zu krass OP ist. Mann, Digga, Phoebe ist doch vom Break her besser als Zane. Naja, Micky, wenn ich nicht echt spiele, spende ich jeden 1.000 Euro. Liebe, witte ruhig rein. Witte rein, mein Bruderherz. Witte rein. Ich brauche einen Account. Ne, jetzt nicht. Chat, wer hat einen Account von euch? Ich bin Braun-Silber-Account. Wirklich, einer von den Subs vielleicht. Ich schreibe euch eine Privatnachricht. Einer von den Subs. Bronze-Silber so, Justin. Hast du? Ja, okay, okay, okay. Warte, ich schreibe die Privatnachricht. Warte. Hier, schick mir mal hier, Dings. Schick mir mal schnell den Account. Micky, ich habe dich den Krawalldosen nähergebracht. Du kattest sie von mir gar nicht. Du hast sie durch mich kennengelernt. Also sagst du was respektlos noch einmal für die Krawalldosen und mich. Die haben eine ganz innige Verbindung. Ich habe sie studiert. Ihr müsst mich ändern. Ich darf ich da meine Bindung an zu den Krawalldosen respektlos. Lass uns jetzt mal einen Win nach einer anderen holen, bitte. Let's go, guys. Ihr müsst mich ändern. Gar nichts. Justin, heute noch. Ah, hier. Okay, danke dir, Bro. Danke. Kann ich Rayna spielen? Guck mal, da geht's los. Achso, ich habe sie gar nicht freigeschalten. Alles gut. Jetzt sage ich euch was. Willi ist das Schlimmste, was euren Müttern, Schwestern und sonstiges passieren kann. Und er ist das Schlimmste, was uns in dieser Win-Channel nicht passieren kann. Er guckt uns zu beim Breschen, lacht uns aus und spielt jetzt mit uns Vailo. Aber ich bin ein guter Teampartner. Ja. Wo ist Rohat? Rohat, einer muss Micky enden. Also nochmal, könnt ihr mich enden oder nicht? Ja, einer muss, dann Willi, mach du mal. Ja, schreibst du mir den Namen? Willi, wenn du Instagram-Rainer machst, werde ich deine Namen machen. Mach Dings, sag mir den Namen, sag mir den Namen, Bro. Ich bin Samurai. Mann, Digga, schreib mir den Namen, schreib mir den Namen. Discord, Discord. M-A-U. Warte. Ich werde keine Rainer nehmen, ich dir keine Sorge. M-A-U, ja. R-I-C-E. Ja. 1-3-10. Beim Namen, 1-3-10. Ja. Bitte lass mich ein bisschen. Ja. Moris ist ein Bastard. Hashtag Wirt. 1-3-3-7. Okay, Samurai, Samurai. Ja, kannst du dich einladen. Moris ist ein Wirt im Chat, sag ich. Der Account ist unser Ende. Digga, du bist in LOL drin. Nein, ich bin in Valo. Ja, also hätten wir jetzt hier... Bei mir steht... Ey, warte mal. Aber ich muss jetzt einen von euch adden. Okay, dann nimm du, Jack. Wolltest du sie auspacken, Willi? Ich würde sie dir überlassen, die Jets. Jungs, ich muss Eli oder so adden. Eli, sag mir mal dein Dings und dein Hashtag. Oder adde mich. Und wir werden vernünftige Chars picken. Es gibt erst mal einen Joro. Warum mich, adden? Bro, wen soll ich denn sagen? Oder Danny oder... Willi, mir ist es egal. Ich habe... Ablehnen. Dann gib her. Wie heißt du? Was soll ich machen, Rohat? Give Riot-ID, Rohat. Okay, ähm... Och, Digga, das ist irgend so ein komischer Name, den man... Du musst mit hier enden. Diga, Maurice, adde mich, Eli, bitte. Okay, ich kann wirklich kopieren. Sag... Los. Hatte ich schon den Shop gesehen? M-A-U-R-I-C-E. Ja. 1-3-10. Maurice, Digga. Ja, Tagline? Hashtag 1-3-3-7. Lade mich ein. Shop nicht so geile Waffen. Jeder hat einen anderen Shop, Bro. Ach so. Ich habe dich geedit, Micky. Jetzt musst du annehmen. Maurice. Eingeladen. Lad mich auch rein. Okay. Hab dich eingeladen, kannst reinkommen. Nee, warte mal ganz kurz. Du musst bei mir rein, Bro. Gott. Kartoffel. Lad mich ein, Maurice. Hab dich eingeladen. Okay, let's go. Und ihr hört mir zu wegen den Champs, was wir picken. Match gefunden. Nein, hast du unranked gesucht? Warte mal. Nein, ich hab gewertet. Oh mein Gott, Digga. Ihr hört mir zu, ihr hört mir zu. Ich nehme meinen Phoenix. Du nimmst Phoenix. Willi nimmt Fate. Nee, nicht zurück. Fade? Danny nimmt Brim. Eli nimmt Reiner. Äh, Micky, wer ist nochmal Fate? Ja, okay, Fate kann ich, Fate kann ich, Fate kann ich. Ja. Fate kann ich. Danny, nicht den Juro. Jungs, bitte WhatsApp. Danny hat schon Juro gepickt. Ihr müsst mich in die Gruppe tun. Wieso kann ich nicht spielen? Ich hab schon des Öfteren einen guten Juro ausgepackt. Das weißt du aber auch. Wieso kann ich das nicht spielen? Ich hab's doch immer gegeben. Ich hab Micky noch nie ohne Neon gesehen. Ich leg's durch. Wieso geht's nicht, Chat? Micky Rohrhardt, WhatsApp. Oh mein Gott, du hast den Chat nicht. Moritz, der Wirt, ich hab's gesagt. Micky Rohrhardt, kurzes Lebenszeichen. Du kannst es hier kaufen, Micky. Du musst nach der Runde, aber du musst jetzt irgendwas picken, Bro. Was hast du, was hast du? Sage ist einfach zu spielen halt. Jett ist schwer zu spielen. Jett ist wirklich schwer zu spielen. Smoked, Smoked. Kannst du Brim spielen? Nein. Micky, zeig mir deinen Brim. Was kannst du denn noch spielen? Du musst was sehen, Micky. Du musst was sehen. Oh mein Gott. Jett, Jett, Jett. Ja, Micky ist nerviert. So. Was muss ich hier? Ah, wohl nein. Willi, du darfst nicht den Spike nehmen. Er hat geschworen. Jungs. Ich hab geschworen, dass ich die Spiel. Ich glaub, wir werden alle... Ich hab das gemacht, was mir gesagt wurde. Chat, äh, was muss ich tun, um die Neon freizuscheiden? Das ist krass, Ärger. Einfach mit Mori... Mit dem Account von Moriis. Jungs, ich hab kurz eine Frage an Ward und an Micky und ich will, dass ihr darauf antwortet. Habt ihr WhatsApp gesehen? Sonst werden wir hier nicht weiterkommen. Ja, ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. 5 Euro, 5 Euro, okay. Ich muss kurz 5 Euro. Micky, Micky, hast du WhatsApp gesehen? Ja, hab ich gesehen. Registriert ist und wir machen es so. Oh. Ja, back to back, dann machen wir es. Nein. Sag ich. Ihr versteht's nicht. Es gibt den Wahnsinns, Joho, die erste Runde. Ich spiel' euch auf, Jungs. Boah, Digga, wie lange hab ich wirklich kein Vailo mehr gespielt? Ich auch nicht. Das letzte Mal in unsere Win-Challenge. Manege frei für Joho. Aber sieben Vailo-Wins, das ist nur eine Frage der Zeit. Real Talk. Also... Ihr müsst euch in die Gruppe tun, wenn nicht. Ich würde dir vor Vailo hab ich am wenigsten Angst. Aber man muss es abhaken, weißt du, was ich meine? Man muss es abhaken. Ja, aber das ist so, irgendwann hast du es, das ist nur nervig. Mal auf, Fallgeist 0 von 30, ich sag, da dreht es mich aus allen Rädern. Aber ich finde es nicht, ich finde es. So, und jetzt reden wir mal was hören hier von euch. Pass auf. Da hinten durch, hinten durch. Hinten links durch. Oh, ich bin der Einzige, der durch war. Die läden wir nochmal nach. Er ist runter. Er ist in der Ecke. Ich schau hinten. Ist es in der Ecke? Guck auch hinten. Ja, da guck ich hinten. Ich guck hinten. Ich guck hinten. Hinten, hinten, hinten. Ne! Die sind echt... Ne, das ist es. Okay, lass durch, lass durch, lass durch. Hinten, ja, hinten links. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und es ist wieder eine, die smurfed. Es ist wieder eine, die smurfed. Du hast dein E, du hast dein E. Ich spiele so einen auf. Der es gemarkert. Ne, das wird mir angezeigt. Noch 30 Sekunden. Okay. Es ist, es ist wieder eine, die smurfed. Nein, wir sind alle weg. Die haben alle einfach einen Freeshot gehabt. Ey, weiter. Du lass positiv bleiben. Ja, so nämlich. Brauche Beute. Kann mir jemand kaufen? One-Eyed Ghoul. Keine Gefangenen. Ist ihre Mutter auch. Da nehme ich jetzt Auge, in sein Auge absafte. Immer noch ein Auge. Ja, okay, ey. Das Ding ist kom... Also das... Lass eff effen. Lass eff effen. Also real talk, lass eff effen. Also es macht wirklich keinen Sinn, hier drin zu bleiben. Die Jet ist geisteskrank. Die Jet ist geisteskrank. Tschüss. Oh, Micky. Glaub an dich. Erledigt. Oh, Eli. Letzter lebender Verbündeter. Rechts, rechts, Omen. Hier kommt einer. Ah. Ey, Jungs, wenn ihr gesehen hättet, wie ich mich die Jet geholt hab, das ist geisteskrank. Wirklich. Danny hat's gesehen. Die Strahle heller als all ihre Radiance zu sagen. Ah, das Ding ist durch. Oh, du liebe. Noch nicht aufgeben, noch nicht aufgeben. Nein, nein, nein. Die Runde müssen wir holen. Das waren zwei Ecos, Jungs. Alles gut. Die Runde müssen wir holen. Aber das hab ich auch noch nie gesehen, Robert. So ne Bombe. Ey, wir müssen... Lass mal A an, lass mal A an, lass mal A an. Okay, komm. Ich kann nicht. Oh, mit Krawall rein. Ich kann schon das. Komm, wer? Mit einer Dose. Hä, warum lauf ich so komisch? Digga, warum kann ich nicht... Ey, warum... Was ist mit der Steuerung los, Jungs? Ich check's nicht. Ich schau hinten, ja? Ah, sehr gut, Willi. Von hinten kommt niemand. Bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Ich bin der Einzige, der drin ist. Ich bin irgendwie der gefühlt der Einzige, der immer reingeht, ne? Die anderen warten immer hinten. Ich hab 30 Leben. Nehme ihm die Sicht. Ich hab 30 Leben. Ich lass los. Lade nach. Tick. Jungs, lass FF'n, lass FF'n. Nein. Jo, Bro, es ist diese Jet, es ist wirklich Zeitverschwendung. Und diesmal kann ich das mit der Zeitverschwendung nicht tanken. Wirklich nicht. Ich kann das wirklich diesmal nicht tanken. Lass uns einfach FF'n. Guck dir das doch mal an, Bro. Spike in Mitte. Lieber auch 100p. Sehr gut, Micky. Mach mal, Micky. Du hast den Spike nicht. Ist geht? Ich hab den Spike nicht. Danke, dass du es mir gesagt hast. Noch 10 Sekunden. Was? Das ist unsere Schuld. Natürlich ist es eure Schuld. Ich mach drei Kills, was soll ich sonst noch machen? Ich hab den Spike. Spike in Panty. Was willst du noch mit dem Spike eigentlich da? Macht ihre Angst zu eurer Waffe. Ey, Jungs, lass, warte. Aber wir müssen FF'n. Wollen wir echt? Wollen wir FF'n? Ja, 100%. Es ist wirklich Zeitverschwendung. Vertraut mir, ist es wirklich Zeitverschwendung. Wir müssen erstmal warten, glaub ich. Ich glaub, es geht erst ab Runde 5. Schade. Aber wenn wir jetzt den Win holen, dann steht es 3-1. Wenn die Jett stirbt, haben wir es eigentlich, ne? Geistesgang. Geistesgang. Was sehe ich hier? Was sehen meine münden Augen? Ihr holt es hier aber ganz anders als die von Neon. Ich geh... Soll ich hinten schauen? Ja. Ihr seid durch, Jungs. Nice. Ich schau hinten. Digga, was ist das denn da? Ich hab ein. Zwei gegen zwei. Wieso hab ich da nichts auf dem Boden gesehen? Spike ist bei mir. 2-1. 2-1. Wer ist denn das? Ward? Oder Micky? Nö. Ich bin's. Digga, diese Steuerung. Ich komm nicht klar. Ey, ich komm nicht klar auf diese Steuerung. Was ist denn hier so geistkrankt dumm eingestellt, Mann? Liegt vor dir. Hat einen anderer genommen. Ich will jetzt weig nicht. Warte mal, was ist denn hier so komisch eingestellt? Ich fick die Jett. Ward. Weniger jammern, mehr spielen. Danke. War doch eben gut. War doch eben gut. Konzentriert euch. Weil mir die tot ist. Oder? Ah, lieber. Gegner in der Mitte. Lass mich reinholen. Oh, das hat mein Buster gekriegt vor. Guck. Ab zwei. Hier ist einer. Hier hinten ist einer. Bei diesen zwei Türen. Na? Let's go, Willi. Da kommt noch jemand, Danny. Ach, Digga. Ich... Es ist halt auch wirklich immer so verkrampft. Mit den Scheiß-Gramen. Nichts da. Der ist tot. Wir können gewinnen. Er ist in der Mitte. Er ist in der Mitte. Hier. Yes. Geil, geil. So nehme ich. Ja, okay. Der Jogo hier. Ich brauche einen Sock. Oh, ja, Bruder Erz. Habt ihr doch. Lass mal A gehen. Ey, wie mache ich das mit diesem Toggle-Dings aus, Chat? Ich probiere mal was aus, Jungs. Chat, es ist so eingestellt, dass wenn ich einmal Schiff drücke, dass es die ganze Zeit Schiff ist. Was ist das für eine Scheiße? Wo kann ich das ausstellen? Aus dem Weg! Da ist eine Brawl. Jungs, hier. Garden, garden einer. Garden, einer. Kannst du mich heilen? Wer ist denn das hier? Miki? Ja. Kannst du mich heilen? Nein. Warte kurz, Miki. Rechts, genau rechts bei A. Okay, frei. Nice. Gegner bei A gesichtet. Da war nur ein Roboter. Noch 30 Sekunden. Du musst das Ding durch. Digga, warte mal. Hack die? Gib mir mal einen Clip. Ein Gegner übrig. Digga, die hat mich nicht mal angeguckt. Hatte ich gerade das Gefühl. Kann ich mal einen Clip machen davon? Die ist da hinten bei den zwei Türen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Richtig. Yes, yes, yes. Wörter? Wörter, geh. Hört mal, keine Zeit für Pausen. Es geht auch um einen Drop, Miki. Das könnte es sein. Okay, Jungs, also. Besser wird es nicht. Ich habe meine Ult. Ich habe Ult. Wichtig, wichtig. Wo gehen wir hin, Jungs? Hol. Lass B gehen. Jungs, die haben alle einen Dreckspin. 140er alle. Alles am Ende. Das ist gut. Das ist gut in dem Vedo, glaube ich sogar. Mein Buster, mein Buster geht vor. Geht's mich, Danny? Pass auf, pass auf, Danny. Von hinten. Basti? F? Mal loben vielleicht? Ich mach das Tor zu. Ja, wichtig. Und jetzt kannst du auch. Geblendet? Woher nicht? Oh mein Gott. Geblendet hinten ist die Dings. Pass auf, hinten bei den zwei Türen. Hinter mir, hinter mir. Ja, habe ich doch gesagt, Digger. Genau das habe ich gesagt. Auf den Spot, Jungs. Ich habe den Spike. Wo war ich? Helft mich, helft mich. Auf den Spot. Auf den Spot. Nur halt. Digger, kommt doch auf den Spot. Das ist geisteskrank. 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 Einfach, wenn wir gepräntet haben. Einfach hinten stehen, drinbleiben. Ich habe es euch auch noch gecallt, Digger. Jedes Mal ist diese verfickte Wuren, wie heißt die nochmal? Killjoy da hinten. Ja, ich weiß nicht, wer da nicht reingerannt ist. Geht erst rein, nachdem ich zugeschlagen habe und sie geschwächt sind. Noch 30 Sekunden. Ist das geisteskrank, Digger. Das ist eine Defense-Map. Ist das so? Weiß ich. Das ist eine Defense-Map. Lass mich mal auf Arsch-Stress machen. Ey, Digger, was sind das für komische Einstellungen hier, Mann. Es fickt jedes Mal so rein. Oh mein Gott. Ihr habt gerade abgedrückt. Hol mir mit. Schön. Fick. Nicht im Ball, hier. Lecker. Ja. Zwei sind in der Mitte. Da sind drei rum. Da sind drei, du kannst dich komplett von hinten holen. Danny, da ist einer an der Tür. Ja, wir müssen... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Mütter waren zwei. Mütter waren zwei. Mütter waren zwei. Kommt auf A. Danny hat Spike. Danny muss vorgehen. Danny, ich gebe dir Cover. Komm, A. Komm. Soll ich meine Ult setzen, Roat? Nein, 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 nein. Ich leg die Bombe ganz schnell. Roat hat noch Ult. Ich mach Tor zu. Nice. Deshalb willst du dich, Jungs? Ihr sagt, wir ein Ult, ne? Ja. Heaven kommt bei Roat. Holt von... Von Dings. Roat bei Roat kommt, er braucht... Trigger, Jungs, also... Ein Gegner über uns. Hat sie. Einer noch. Heaven. Wir müssen nicht ficken. Warte. Legen, nicht ficken, nicht ficken, nicht ficken, nicht ficken, nicht ficken, nicht ficken. Nicht ficken, nicht ficken, nicht ficken, nicht ficken, nicht ficken, nicht ficken. Er muss doch entschärfen, Jungs. Er muss entschärfen, er muss an die Bombe ran. Was zum Willi? Er muss an die Bombe ran. Richtig. Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Du überlebst eh. Ich hole jetzt zweimal die Jetcat nicht ein, lobe. Nur Shitdog wieder her. Doch, stay still. Ist gut, Bro. Ist gut, aber er muss halt defuse, du kannst halt den Spot abkämpfen. Digga, diese Einstellungen machen mich verrückt hier gerade, Mann. Micky, würdest du sagen, das ist ein guter Joro, gerade ich hier ausspiele? Ja, ist. Ist wirklich nicht schlecht. Wo stelle ich das ein, Mann? Aber Willi performt hier auch, musst du auch mal loben, sag ich. Danke, Danny, danke. Shit, ich brauche Hilfe. Das mit diesem Toggle. Wir haben hier eine Wand. Digga, das kann doch nicht sein. Wieso bin ich nicht drauf? Wand weg. Die Position ist so verwirrtet. Warte, Danny. Warte, warte, warte. Warte. Ja, Willi. Weiß alles nicht. Mann, Digga. Ja, wir haben wir rollt. Wir rollt, wir rollt, ja, komm. Oder? Okay, lass gleich ruhig marschieren. Auch hier, los. Hinten, Danny, hinten, 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 rechts. Wir, wir, Jack, rollt. Richtig. Gegenüber, 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 gegenüber. CT, CT auf CT und rechts. Du stehst da im Feld drin. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, chill, 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 ich habe eine Idee. Und denk, du hast los. Mann, ich höre nichts. Das ist unruhig. Ruhig. Stahl, über den. Digger. Wo stelle ich das jetzt ein? Allgemein und dann? Wo? Chat. Einstellung zurücksetzen. Wo geht das? 15 Sekunden. In der Ecke, ne? Ein Dekker im nächsten Sekunden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schade, Eli. 5,3. Nee, 5,4. Nur bei Schleichen. Du musst ein Echo machen. Mein Geld. Ich habe Geld. Echo, 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 Echo. Dann mache ich auch nur Half-Shield, ja? Ja. Toggle Walk. Wo ist das? 5,4. Hier ist alles drin. Hier ist alles drin. Ey, die sind alle B. Wir können auch einfach mal A gehen. Ja, lass mal durchrennen bei A. Ja, lass richtig durchrennen. Wir haben eh ein bisschen komplett durch. Mit. Ja, ich komme mit. Ich komme mit. Ich mache Auge. Ich blende. Das ist gestern. Auge auch gemacht. Ich fliege bei. Mach Garten zu. Ich mache Garten zu. Eli schießt die Dinger zu. Schießt die Dinger. Oh mein Wind. Geh, ne? Geh, ne? Warte. Bleib ruhig. Steinfehler. Ich bin wirklich. Ich habe irgendeine Kugel. Ich muss die jetzt mal. Keine gute Smoke, Digga. Die ist gegen uns. 100 Fuß nahe. Hab. Hab, hab. Oh! Defensiv. Gut Rohr. Und ulti. Ein, für Dinger. Keine. auf die auf die auf die set ja was war das digger was hat rot da gab es dir gemacht hilfe wo du hast dir einen schönen joint verdient nach der runde ich habe die spike gemacht noch mal mit krawall rein war stark war stark ja noch noch mal mit krawall das werden die jetzt an euro in der verantwortung ich versuche auf dem weg ich bin volles tempo rein links 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 ja ja hilfe macht so macht so macht so der hurensohn wie hat er mich bekommen digger dabei das weg rechts von dir ja bro er ist so wie gewesen der ist defuse, der ist defuse, der ist weak geil, geil, geil wo sterbe ich noch, hä? ok, ihr könnt doch mal alle kaufen gut, jungs, gut ok, wir führen geht ihr ARHGB die Fallhöhe wird aber nur höher die Fallhöhe wird nur höher Danny, geh A, geh A, geh A ja, geh A, geh B geh A, Danny, geh A dann geh ich A und mach da richtig Lärm Bro, du hast die Bombe nee nee, Dings, Miki Jungs, ich call euch Mitte Eier, äh, das sieht hier einer Gegner bei A ich schwör auf alles, ich fick ihn einfach ich bin so ein Bastard ich bin genau hier Gegner bei A ok, bin dead sehr zu sehr sehr eben ab hab den Spike ich würd sagen, hier geht A, Danny steht da schon ok B ist safe einer jetzt 2 AP ich hab 2 AP ich hab 2 AP ich bin durch wird Heaven einer hier ist keiner unten wenn du was so von langen abschießen kannst ein Gegner übrig in die Hocke, immer in die Hocke da Gegner bei A gesichtete ok wir probieren für sie zu verlieren Leute ich spiel hier so einen auf, ne ist das geilste Krankheit, was ich gerade mache ich hole der B ich hole der B der Genie Joro in seiner stärksten Form wenn du oben stirbst, dass er von Heaven kommt hm keine Props bekommen wieder für den Double Kill, keine Props wir haben 4 Durlisten, ja wir würden jetzt richtig eklisch verteidigen ich geh mit, mit der Deagle die Jett, Obacht ich wollte einfach direkt wenn ihr Schritte hört ich hoffe ich waren sogar 3, ich gold aber bestimmt sogar 3 mit der Phantom dieser Jett stutz ich die Flügel komm mal Herr Jett, du keine Hure du der Fick, was du nicht brauchst A glaub ich A ich komm komm hinten Schöner Schritte bei A Lade nach, mehrere Gegner bei A Warte Gott, lass mich pieken Flendung vorsichtig ich bin jetzt hinten da ich bin hinten da ich bin hinten da Digga, Short Digga, Hilfe da hat keiner geguckt hinter die Ely ist das krank Digga die Jett gibt mir so oh man richtig Ely genau sehr gut Danny 1 gegen 1 pass auf nicht steppen nicht steppen Zeit für einen Sprung er ist in der Smoke check oh man Danny 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 wir hätten Geld gehabt für die nächste Runde und jetzt wird wirklich ich bin hier wir können es trotzdem schaffen ich bin B er war der Hurensohn der Frapzenmutter ich bin B ich brauche Beute passt auf Bereite Portal vor Mira, Gegner bei A A oder? Einer in der Mitte Snipe Einer muss bitte Garten gucken Was ist Garten? Alles schon drauf Jungs von hinten wieder Ely was machst du da? Vorsicht Alles gut Ey hier ist ich sehe die Bombe die Bombe ist sich geplantet ich habe hier haben sie auch gehalten der Spike liegt hier der Spike liegt hier ach scheiß drauf es ist immer der Omen oder immer die Jet die mich braucht ooooh Gegner bei A gesichtet Letzter Leben der Verbündeter Was? 104 Schaden Ey Jungs soll ich sonst A gehen? Jaja Wir müssen die erzeugen Können wir kaufen? Ja Können wir kaufen Ich brauche mehr von dir Ich brauche dich immer Hast Ja Ich habe ein Problem mit Omen und äh Chat Nimm ich immer raus Ich geh B Jungs Ich hab eher alles gut Ich geh arm Fährt Seen die eigentlich mein Dings? Guck du mal bitte Ely du musst da gucken Guck mal bitte hier Hier da wo ich hinmesser Danny warte noch mit deiner Ding Ich werfe erst meine Ding Ja Ja ok Warte 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 Ja ich meine sollte es ja stehen Aber ja egal Mitte jemand? Kommen die irgendwo mit Komm A A wieder Augen zu Wir warten uns jetzt Auf Zu Komm mal Alle hier bei mir Stehle die Sicht Hab die Jett Hab die Jett Nice Uns dahinter geworfen Auf die Jagd Ich glaub wir verschieben Das ist krass Digga Ne Sind noch da glaub ich Ist der Juro Flecke Hinten links Am Tor Böne Sache Die sind alle hinten links Ich schwör Die gehen rein Ja sind sie auch Links Da hinten in der Ecke Ja da hinten in der Ecke Jetzt rotieren die Komm zu mir Jungs Die rotieren Ja die müssen Danny ein Durch Gelbe Gelbe Die kommt 78 auf Omen leider Lacher Sehen die Kannst du abaimen Noch 10 Sekunden Licky du hast doch Hinter Jungs ich hör so nichts 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 Ja egal wer gewonnen Was Oh mein Gott Nein Ich dachte wenn der nicht planten kann Wenn wir die Chance haben Stürmen wir klar Egal Oh mein Gott Jungs 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 Ich brauch euch auch Ich brauch euch wirklich Ich hab das Gefühl Digga wenn wir Wenn man nach Keiner Ahnung Wenn man nach Nach einer Minute Wisst ihr nicht mehr was ihr machen sollt Hallo Das kann jetzt B sein Das kann jetzt B sein Weil sie oft A gegen die Ja Nee A Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist so lucky In dem Spray Ich sing's durch Kenta Kenta Ja genau Sehr gut Sehr gut Das ist so der Genie Juro Das ist so geil Hey Danny kauf mir mal Halt die Fresse Rohr Nimm mal das Back drin Und hat das Schandau Dings Willi kauf mir Ich brauch Beute Was weiß ich nächste Runde Ich brauch Beute Ich brauche Beute Dann Jet soll mir kaufen Lippe Schibbe Ich fick den Einer in der Mitte Ich smorg wieder Ich probier's Ich fick ihn nicht Ja Aus dem Weg Danny warte Sind da Danny B Ja B mit H B B B Doppel Headshot Doppel Headshot Woll nur mir So Was ist das schon wieder Willi ist dauer Ich hab keinen Kill gemacht Ich mach einen Doppelkill Und er sagt Wichtig Willi Stark gespielt Ich krieg nie irgendwelche Pre-Shaden Doch war richtig gut Ich hab auch Du gesagt richtig gut Pre-Shaden Pre-Shaden Ja Pre-Shaden Jungs noch ein Pre-Shaden Das ist nicht was ich hier mache Wohin Wieder B B B B B B Perspann auf Er kann sein, dass hinter euch ist Er ist Bei uns im Spahn Bäuerchen bei B Richtig Willi Sehr gut Alle B Alle B Oh mein Gott, haben die geglückt. Ich holte. Ich markiere, ich markiere, Jungs. Ich sag, wo die sind. Äh, die sind. Äh, einer am Loch hinten. Einer am Loch. Einer am Loch. Einer am Loch. Und der andere? Äh, der eine im Gang. Im Gang. Im Gang. Im Gang. Im Gang, ja. Hinter der Wand. Hinter der Wand. Hinter der Wand. Letzter Leben der Verdommene Tag. Er ist links oben. Er war links, er war links. Er war links. Vollzeit, ich weiß nicht, wo ihr hinkommt. Nice, mach das. Oh mein Gott. Ich dachte, das ist dieses Dings. Sheriff and Sheriff. Zehner. Wuh. Mega, Valo macht so viel mehr Spaß als Fortnite. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's auch gesagt. Ah, ah. Schwäch, ey. Aber nicht abstreiten. Also, das passt. Das kann einen so brechen, wenn man so, wenn's 10-10 ist oder so, man dann verliert. Das ist das Problem. Hier. Und nie wieder, Miki. Zweifel zu meinem Karvaldose an, ja? Jungs, mit Z könnt ihr pingen, ne? Mit Z. Ja, genau. Aber bei mir geht nur einmal. Kann man nur einmal pingen? Auf dieselbe Stelle, ja? Ja, ich hab auch woanders. B, wieder Steps? Einer soll noch bleiben. Vielleicht auch da. Arbeit. Oder sie sind in der Mitte. Nee, B, B, B. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Hat ihn gerettet. Wo war Neckel? B, Jungs? Ja? B? Denny, jetzt. War bei, Willi? Flash mal rein da. Nee. Wir flashen ihn doch rein. Also, ich würd besser abhauen. Gegner bei B gesichtet. Ich flankiere sie. Hab dich. Denny, du darfst da nicht drinstehen. Gegner bei B gesichtet. Oh, ne Shotsticker aus. Was? Bei der Oswald, glaube ich. Bei der Oswald. Ich glaub, hinten, jetzt direkt links. Da ist ne Wand. Ja. Die drin. Oh mein Gott. Digga, ich hab so ein Syndrom, dass ich immer nachladen muss, Alter. Oh, und jetzt fängt's an zu kratzen. Top Trager, Joro. Jungs, schämt euch. Will, äh, Roat und Micky schämt euch. Mann, ich troll dir gleich rein, Denny. Die kommen auch die ganze Zeit...